Heute gucken wir uns mein zukünftiges Lieblings-CSS-Feature an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um CSS3 und heute um ein richtig experimentelles Feature, was wirklich noch gar nicht funktioniert. Also dieses Video könnt ihr im Leben nicht in Produktion oder auch nur irgendwo nutzen. Es ist so experimentell, dass ihr in Chrome erstmal einen Klammern-Beta-Flag aktivieren müsst. Das zeige ich euch gleich alles. Aber es wird, wenn das wirklich kommen sollte in dieser Form, ein absolutes Lieblings-CSS-Feature. Und es ist wirklich, wirklich cool. Prinzipiell, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Discord. Da könnt ihr Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Aber ja, jetzt gucken wir uns erstmal an, was in Zukunft in CSS so richtig cooles kommen wird. So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Als erstes mal ein kleiner Sneak auf das, was kommt. Wie immer findet ihr die Live-Demo zu diesem Tutorial unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf CodePen. Ansonsten, wenn wir hier auf dieser Seite scrollen, dann seht ihr, dass unsere farbige Box wunderbar in Abhängigkeit von meiner Scroll-Position mit scrollt, die Farbe verändert, sich rotiert und einfach sich animiert. Das Ganze ist ziemlich cool, ist jetzt relativ rudimentär. Man könnte das noch viel weiter perfektionieren. Aber das Ganze ist auch wirklich nur ein Editor's Draft. Aber was bedeutet Editor's Draft? Und dazu müssen wir uns angucken, was das eigentlich ist, das wir heute bauen werden. Und zwar findet ihr hier auf der W3C-Seite diesen Artikel, der ist auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt, wo ihr seht vom 5. Juli 2021. Also es ist sehr neu und es heißt Scroll-Linked-Animations. Und das, was wir nutzen werden, ist eine sogenannte Scroll-Timeline. Was heißt, damit werden wir das Ganze animieren. Es ist aber ein Vorschlag, der gerade unterbreitet wurde in W3C. Und das Ganze ist noch weit davon entfernt, überhaupt ein Draft zu werden. Und das sieht man auch sehr deutlich, wenn man sich mal Can I Use anguckt. Noch viel deprimierender geht eine Browser-Supports-Übersicht eigentlich nicht. Das bedeutet nämlich auch, dass ihr für dieses Tutorial das nicht einfach nutzen könnt. Ihr könnt nicht einfach in Chrome das Ganze nutzen, weil ihr seht hier, selbst Chrome unterstützt es in keiner Version offiziell. Man kann es in Chrome mit dieser Zeile hier unten über die sogenannten Chrome-Flags enablen. Dazu müsst ihr einfach einmal Chrome-Doppelpunkt-Slash-Flags in eure Browser-URL eingeben. Dann kommt ihr auf diese Seite und dann müsst ihr einmal dieses Experimental-Web-Plattform-Features einmal einschalten. Hier einfach auf Enabled und dann wird das bei euch funktionieren, aber nur bei euch lokal. Das bedeutet, keine Verwendung dieses Features irgendwo. Weder Produktion noch auf eurer Homepage noch irgendwo. Einfach damit herumzuspielen, macht sicher Spaß. Aber es sollte nirgendwo in einem Projekt aktuell zumindest auftauchen, weil es nicht supportet wird. Und es ist so früh in der Diskussion, dass es von heute auf morgen komplett disabled und komplett verschwinden könnte. Deswegen das gesagt. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie man es in Zukunft nutzen könnte, weil das ist ja das, was uns alle brennend interessiert. So, los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer eine Erklärung dieses gesamten Setups. Das handelt sich hier um eine Standardentwicklungsumgebung. Ansonsten haben wir hier eine leere Index.html und eine leere Main.sas. Als erstes brauchen wir ein bisschen Boilerplate. Da gehe ich jetzt erstmal relativ schnell durch, weil das nicht so richtig was mit dem CSS-Effekt zu tun hat. Und zwar haben wir hier eine Section. Die hat die Klasse Page. Wir brauchen innerhalb unserer Section noch einen Content. Das ist einfach eine Diffbox mit der Klasse Content. Und dann in meinem Fall einfach eine H2 mit dem P-Tag, damit wir ein bisschen Boilerplate haben. Ihr seht hier, wir haben jetzt hier drin ein bisschen Boilerplate und das brauchen wir jetzt dreimal. Das ist jetzt einfach frei gewählt, damit wir ein bisschen Inhalt auf unserer Seite haben. Wenn ich jetzt scrolle, sehen wir hier, wir haben dreimal diesen Inhalt und das müssen wir jetzt natürlich noch irgendwie stylen. In unserem Fall ist das gar nicht aufwendig, sondern wir sagen jetzt, okay, wir haben unsere Page. Diese Page hat natürlich eine Weite und eine Höhe. In meinem Fall einfach Höhe 100 View Height, Weite 100%. Dann brauchen wir natürlich eine Möglichkeit, unseren Inhalt genau in der Mitte zu zentrieren. Das machen wir über Flexbox, indem wir sagen Display Flex und Justify Content Center und Align Items ebenfalls Center. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann wird unser Inhalt erstmal zentriert. Wir müssen jetzt aber unseren Inhalt noch ein bisschen weiter anpassen. Deswegen beziehen wir uns jetzt auf unsere Klasse Punkt Content. Und hier drin sagen wir, okay, wir wollen da drin unsere gesamte Schrift weiß machen. Wir wollen eine Maximalweite, in unserem Fall von 30 RAM und ein Padding von 2 RAM vergeben. Das Ganze speichere ich jetzt und wir haben hier drin unseren kleinen Textblock. Wenn ich jetzt runterscrolle, seht ihr, wir haben dreimal unseren Textblock. Der ist jetzt sehr, sehr klein. Das liegt daran, weil ich hier einfach sehr weit rausgescrollt bin, damit wir unsere Animationen in diesem kleinen Browserfenster sehen. Bei euch würde der Text jetzt deutlich größer wirken oder wie in der Live Preview einfach aussehen. Prinzipiell brauchen wir jetzt noch eine Möglichkeit, unseren Text hier drin aber ein bisschen zu überarbeiten. Und deswegen sage ich, okay, wir haben unsere A2 und unseren P-Tag und ich style hier ein bisschen die Optik und sage maximale Weite 90%. Speichere das Ganze ab. Jetzt haben wir hier unseren Text ein bisschen überarbeitet. Und jetzt können wir hier hingehen und das Ganze noch ein bisschen verfeinern. So, jetzt geht es eigentlich los mit dem interessanten Part und zwar unseres Elements, das wir animieren wollen. Und zwar füge ich hier als erstes eine Diffbox ein mit der Klasse Box. Außerdem brauchen wir noch unser wirkliches Element, was wir animieren wollen. Und das ist hier einfach unser Animation Element. Ist auch eine Diffbox mit der Klasse Animation Element. Das Ganze speichern wir ab. Wir sehen jetzt hier natürlich noch nichts, weil ich das natürlich noch nicht gestylt habe. Das Erste, was wir jetzt nämlich brauchen, ist hier einfach eine Klasse, nämlich Box. Und dann sagen wir, okay, das ganze Element soll fixiert mit scrollen. Das ist ganz wichtig. Und wir wollen, dass das Ganze komplett zentriert mitten auf der Seite ist. Das schaffen wir genau so. Und jetzt können wir anfangen, unser Element da drin noch ein bisschen Gewicht zu verleihen. Und zwar sagen wir einfach Animation Element, sagen Border Radius, Weite und Höhe. Und einfach damit wir mal sehen, ob es wirklich gestylt wird, sage ich jetzt hier einfach mal Background Rad. Und wir sehen, unser Element ist genau zentriert. Funktioniert also, passt, können wir so abspeichern. Damit haben wir unser Element jetzt erschaffen und das liegt hier in der Mitte. Aber wie zum Teufel können wir jetzt da unsere Animation drauf beinden? Ganz normal, wie wir das schon kennen und auch schon viele, viele Male gemacht haben. Und zwar brauchen wir unser Animation Element, also unsere Klasse, die wir hier oben ja schon genutzt haben. Scrollen jetzt mal ganz nach unten und schreiben das hier einfach mal rein. Und zwar brauchen wir als erstes hier einfach eine Animation. In unserem Fall braucht diese Animation wieder einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Progress. Außerdem dauert die ganze Animation eine Sekunde und verläuft linear. Das ist ganz wichtig, weil sobald wir das an die Scroll-Differenz quasi beinden, würde es zu Problemen führen, wenn es nicht linear ist. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, merkt man natürlich, wir haben noch keine Animation mit dem Namen Progress. Deswegen sage ich jetzt hier erstmal Keyframes und muss natürlich hier jetzt einen Namen vergeben. In unserem Fall Brokers, damit wir hier darauf ansprechen können. Unsere Progress-Animation wird ziemlich einfach eine Animation einer Farbe von bis. In meinem Fall speichere ich das Ganze jetzt mal ab. Jetzt haben wir hier eine Animation, die von 0 bis White geht und dann hier bleibt. Die verschwindet, also es ist halt nicht durchgehend, sondern ihr seht ja, es geht runter und dann verschwindet sie einfach. Das ist nicht weiter tragisch für uns, sondern das, was jetzt kommt, ist das eigentlich Interessante. Und zwar brauchen wir neben unserer Keyframe-Animation hier oben noch einen weiteren CSS-Befehl und zwar Add Scroll Timeline. Auch dieser Bereich braucht wieder einen Namen. In unserem Fall sage ich einfach Progress Timeline und sage hier Time Range. Und hier sage ich eine Sekunde. Und was wir jetzt brauchen, ist ein weiteres Animations-Attribut unten bei unserer Animation. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach hin, Progress Timeline und ich sehe gerade, dass wir hier oben noch forwards, also dass der letzte Screen stehen bleibt, vergessen haben. Und in diesem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, also startet unsere Animation nicht. Ihr seht, sie verändert sich nicht. Aber sobald ich beginne zu scrollen, seht ihr, dass es jetzt weiß wird. Und wenn ich ganz unten angekommen bin, ist es weiß. Was heißt, diese Time Range ist gebindet an unsere Länge der Animation. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, unsere Animation geht 10 Sekunden und ich scrolle runter, dann seht ihr, dass es ein ganz bisschen heller geworden ist, etwa 10%, weil wir erst 10% auf diese Animation zurückgelegt haben, weil unsere Scroll Range nur 10 oder nur eine Sekunde von 10 ist. Ihr solltet also immer die Scroll Range gleichsetzen mit der Animationsdauer, wenn ihr das nutzen wollt. So habt ihr quasi am Ende der Seite die Animation auf 100% abgeschlossen und auf dem Beginn der Seite ist die Animation bei 0. Jetzt kann man natürlich neben dieser ziemlichen Basic-Animation richtig coole Sachen machen. Und zwar können wir jetzt beispielsweise sagen, okay, wir haben jetzt hier zwischen, haben wir noch eine weitere Geschichte. Hier sagen wir jetzt zum Beispiel, okay, bei unserer mittleren Box, da ist die Farbe White, dann bei der untersten Box ist sie wieder Prime. Und wenn ich das Ganze jetzt runter scrolle, seht ihr, es ist weiß. Wir sind jetzt im Content der zweiten Box und wenn wir ganz runter gehen, ist sie wieder blau. Und wir können das jetzt natürlich noch weiter animieren. Und zwar können wir zum Beispiel sagen, okay, es soll oben einfach mit Transform, Translate 140%, also wir ziehen diese Box hier rüber und drehen sie gar nicht. Dann sagen wir, okay, beim Ende wollen wir das wieder genauso haben und hier in der Mitte wollen wir das mal bitte genau in die negative Richtung haben. Wenn wir das jetzt abspeichern, haben wir hier unsere Box und wenn ich jetzt beginne zu scrollen, also ich ziehe jetzt einfach mal hier hoch, dann seht ihr, okay, es funktioniert hier wunderbar. Also unsere Box wird jetzt schon animiert und jetzt kann man natürlich noch weiter eskalieren. Und das kopiere ich jetzt einfach mal rein, weil das nicht wirklich Teil dieses Tutorials ist. Und zwar kann man sagen, okay, man möchte jetzt einfach noch mehr Keyframes hier zwischen schaffen, speichert das Ganze ab. Und in dem Moment, wenn ich jetzt scrolle, bewegt sich diese Box einfach nur cooler, weil wir noch mehr Zwischenschritte haben. Das kann man jetzt natürlich noch weiter treiben und zwar auch mit den Steps zwischen diesem Keyframe bei 49,8 und 100. Und kopiere mir ebenfalls rein, speichere das Ganze ab und in dem Moment ist hier die Animation komplett abgeschlossen. Also ihr seht jetzt hier, kann man wunderbar durchscrollen, das Ganze funktioniert, wie man es geplant hat. Ihr könnt natürlich exorbitant hier eskalieren mit den Animations-Keyframes und das alles irgendwo ranbeinden, aber ihr seht, es ist mega leicht. Ich freue mich so sehr, wenn das wirklich kommt, weil damit könnte man so coole CSS-Animationen machen, von irgendwelchen Rotationseffekten bis hin zu wirklich sinnvollen Effekten, wie zum Beispiel eine Stroke-Animation von SVG-Elementen oder so etwas. Und ja, schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr genauso gehypt seid wie ich auf dieses Feature. So, das war's wieder für diese Woche. Weil euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Oder aber auch verschiedene Affiliate Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.